ja man wettert schon wieder dunkel nachmittag nachmittag jetzt gibt es kuchen apropos kuchen das war auch mal heute ist meine schwester vorbei gekommen und hat mir einfach mal selbstgemachte waffeln und schokuchen gebracht vor nee niemals in diesen fucking fakt leben fakt das war ein mosasaurus das war ein mosasaurus das meine lieben damen und herren ist ein fucking mosasaurus der von 50.000 delphinen umzingelt wird was macht der hier also ich kenne die eigentlich nur aus ein bisschen weiter tiefe aber was ist das da ist das eine familie die greifen den aber nicht an er greift die ja auch nicht an was zum fick das ist das ist irgendwie interessant gerade die schwimmen ihnen einfach nur hinterher was zum fuck warum haben die eine familie gegründet patchwork oder was ist da los und tschüss okay das habe ich noch nie gesehen vor allem muss auch so weit oben eigentlich auch relativ selten wer es nicht weiß mosasaurus war damals als giga des meeres bekannt also quasi der giganotosaurus nur halt im wasser ja jetzt wissen wir warum er hat einfach alle die um sich herum waren auf seiner seite gezogen so ein bisschen gewicht wieder ok da ist die tür gut dann würde ich mal nichts weiter sagen so wir können ja jetzt auch schon kraften hier so ein paar barrikaden dann können wir auch ep das habe ich ganz vergessen fasern fasern haben wir alter guckt euch an was wir an fasern haben so wie viel kriegen wir pro waren das jetzt sieben ich bin scheiße im maschert tut mir leid ich habe nicht aufgepasst sieben ja wir kriegen sieben ep pro barrikade das ist ganz gut die packen wieder mal dahin vielleicht packe ich mal erstmal da rein müssen wir jetzt nicht unbedingt braten wir haben genug eigentlich zumal das nicht verdirbt wenn ich nicht auf dem server wenn das ist halt auch scheiße das wollte ich nicht das gute wenn ich nicht spiele läuft die zeit auf diesen server nicht weiter vielleicht habe ich noch fleisch so hallo alles sauber ne das wollte ich nicht ich wollte das so die müsste dann so da kommt gerade ein dodo an der jetzt merkt er scheiße ich wollte mich hier nicht haben so ich weiß nämlich noch meine idee war dann kann ich nämlich hier rauf falls irgendwas an ok wir müssen auch von der seite ich kann hier auf den stein rauf als irgendwas ankommt und dann hier mit spieren oder bewerfen oder mit dem bogen beschießen das war halt die idee deswegen wollte ich den stein bei uns drin haben und den werde ich auch nicht abbauen so und dann würde ich sagen machen wir hier vorne dann hier so das tor hin aber wie groß sollen wir das denn noch machen ich würde sagen bis hier lang der erstmal oder denn später kann man das ja dann noch erweitern gegebenenfalls aber das langt wir sind ja auch alleine wir müssen das ja alles alleine hier äh bewirtschaften sage ich jetzt mal von daher ist das eigentlich eine ganz gute größe dann kommt da vorne ein tor hin ja das sieht doch gut aus so wir brauchen holz wir brauchen mehr holz dann wühle in deinem kopf wir brauchen faser alter wie viel faser 30 faser pro stück holy shit fuck alter aber ich weiß gar nicht ob ich so viele barrikaden noch brauche aber wir können dann ja auch theoretisch zwei rein machen das wir ein bisschen mehr platz haben wir kommen gleich mal erstmal ich bin zu schwer jetzt ist es nicht nur in real life so sondern auch im leben habe ich jetzt nicht gesagt bitte einmal alle weghören so so langsam geht die sonne auch wieder okay das war jetzt abrupt das war jetzt sehr abrupt aber gerade sah es auf jeden fall nice ausfand ich wie die sonne untergegangen ist so das dinotaur wie groß ist das dinotaur also die zwei die wir jetzt noch haben die sind glaube ich noch sinnvoll insofern dass man die so hinstellt aber äh alter du miese fotzen geburt alter boah habe ich mich erschrocken du scheiß wichser komm her ich fick deine kinder jetzt stirb stirb du sollst sterben alter alter leck mich am nudelsack ja guck dir das mal an hier guck dir das mal an sowas machst du nicht ne du bist zivilisiert boah habe ich mich erschrocken diese miese miss geburt alter so weißt du was ich bin nämlich kurz vom level ab es tut mir leid du bist niedlich aber du gibst EP und die brauche ich damit ich gleich das Tor bauen kann boah habe ich mich erschrocken von diesem scheiß Mistvieh holy shit der dodo ist auch voll schön so level ab ich erlöse ich noch vom leid was ist denn da los die ganze welt spielt verrückt alter was macht der heider die pflanze auch so ich wachse ich wachse oh du ficken einfach ab Tor ein einfach ab Tor wollt ihr mich verarschen alter ne ein fucking einfach ab Tor oh nein scheiße oh fuck oh fuck alter ok wir müssen uns beeilen wir müssen unser Dings dir safe kriegen 280 Holz oh man das habe ich nicht ne ne aber Steine habe ich scheiße jetzt brauche ich noch Stroh wo ist der oh man alter Alpha Raptor scheiße ok ok ich sehe ihn nicht oh fuck kommt auf einmal ein Alpha Raptor an leck mich leck mich am Arsch gegen den kann ich doch gar nichts machen ich bin selbst nicht mal kampfbereit ich habe nichts wirkliches zum kämpfen und ich habe auch keine Tiere zum kämpfen ach du scheiße alter ich weiß jetzt gar nicht ob ich irgendwas wichtiges verloren habe aber ich renne da auf keinen Fall hin ich brauche ne Axt äh ein bisschen mehr Stroh und ein Feuerstein scheiße ich muss mir erst ne Pickaxe machen ne ah was brauche ich dafür Stroh alter echt nicht geil echt nicht geil oh Stein jetzt wird es dunkel ich habe keine Fackel mal also ich hätte schon ein bisschen Respekt gehabt von Alter, ich dachte gerade was das ist jetzt wie nur an LAURA BOLKE hier steht auch nicht vor mir oder hinter mir ähm ich hätte schon vor den normalen Raptor ries speck gehabt ja aber Alpha Raptor fuck ich hoffe der wird da hinten durch eh Irgendwas in seine Schranken gewiesen. Level 16 war der, glaube ich, ne? Boah, ich weiß nicht, ob der verkacken würde, wenn er gegen einen Pronto kämpft. Scheiße. Von wo kam der auf einmal her? Das war echt out of nowhere. Der war einfach da. Es ist ziemlich dunkel. Mach mal Feuer an. Ach ja, mein Schlafsack ist ja jetzt auch weg. Ah! Ich muss mir einen neuen machen. Ähm. Ich wollte Holz. Holz. Ich brauche Stein. Was brauche ich jetzt? Stroh. Habe ich keinen Stroh mehr? Ich habe keinen Stroh mehr. Ah, nee. Das war alles im... Das war alles in meinem Inventar an Stroh. Danke schön dafür. Ähm. Leder. Haben wir noch Leder? Haben wir auch nicht. Haben wir auch alles verloren. Scheiße. Das heißt, wir können uns gerade auch keinen Schlafsack machen. Das heißt, wir können uns gerade auch keinen Schlafsack machen. Vielen Dank.